Da haben wir noch einen. Hat's jetzt vorhin die Waffe gewechselt, weil ich keine Munition mehr hatte? Oder? Es ist ja dann echt extrem wenig Munition. Da vorne liegen noch zwei Hansis. Na, komm. Loot. Jetzt für die Schrotflinte habe ich auch nicht mehr sonderlich viel Munition. Hier scheine ich ja noch relativ viel zu haben. Kann ich da noch mal was aufnehmen eigentlich? Nein. Ja, nein, vielleicht. Nein. Okay, jetzt habe ich die Tapire aus den Augen verloren. Na toll, die Ballerei hier hat die natürlich voll vertrieben jetzt. Komm, gib mir doch mal hier nochmal die Kamera. Vielleicht hier irgendwo? Nein. Sind wir denn noch an der richtigen Stelle? Gleiter. Doch, eigentlich müssen wir noch an der richtigen Stelle sein. Die haben sich nur verkrümelt. Die finden wir schon. Ah, aha. Ich habe jetzt auch Kraft, dass man hier zoomen kann und dadurch auch weiter entfernte Ziele. Ähm, ja und so weiter. Ich will jetzt nochmal eben gucken. Im Beuterrucksack? Nee, Herstellung. Ob wir, wie viel wir überhaupt brauchen. Ich will ja nicht mehr töten als nötig. Beuterrucksäcke. Einfacher Rucksack. Robuster Rucksack. Zwei Tapirfälle, alles klar. Brieftaschen. Schweinsleder. Spritzentasche. Schweinsleder. Waffengurt haben wir ja schon, ne? Glaube ich. Robuster Waffengurt. Hirschfell. Ach du Kacke. Also Schweinsfell, Tapir. Gut, okay. Sorry, Tapir. Du musst nochmal dran glauben. Komm, jetzt nochmal hier irgendwo Piraten. Ich habe doch schon wieder jemanden rummosern hören. Okay. Jetzt stellen wir mal hier den größeren Beuterrucksack her. Juhu. Starker Rucksack. Dingo-Fell. Ach Gott, Leute. Die armen Viecher. Ich will doch nicht so viele umbringen. Medizin. Können wir auch mal wieder herstellen, ne? Grünes Blatt. Aha. Muss ich dran denken, wenn ich hier irgendwo grünes Blatt sehe. Ach, da vorne. Ach, der ist schon tot. Mist. Na komm. Wo kamen die jetzt eigentlich schon wieder her? Also irgendwie. Na gut. Solange ich das... Öh, benutzte Nadeln. Jason. Was nimmst du den Leuten ab? Das will ich doch gar nicht haben. Ach, die waren da noch bei dem Auto wahrscheinlich irgendwo. Epinephrine. Komm schon. Gib mir dein Loot. Nein, ach, das ist noch ein alter Toter. Alter Toter. Na, da vorne leuchtet noch was, oder? Nein, das haben wir auch schon. Ah, nee, das ist auch nur die Waffe. Naja. Okay, Schnellreise können wir ja theoretisch jetzt wieder benutzen, meines Wissens. Nein, falsch. Map. Und zwar müssen wir ja zum... Ach, da hinten müssen wir hin. Ich dachte, wir müssten... Weltshaw Wreckers Haus. Und wir sind jetzt da unten. Wenn ich jetzt da hinreise... Sicher, dass ich da hin muss? Ja, wahrscheinlich schon. Okay. Reise ich mal nach Amanaki. Ja. Da gucken wir mal, ob wir uns dann Fahrzeug schnappen können und die Irrfahrt geht wahrscheinlich wieder los. Ihr wisst ja, wie gut ich mich orientieren kann. Oh, ein Affe. Hallo, Affe. Kann ich mir aus deinem Fell auch irgendwas machen? Okay, aktuelles Ziel, da hinten. Schauen wir mal. Vielleicht finden wir ja so ein nettes Quad oder so Kram. Oh, was ist denn das da hinten? Vögel. Grünes Blatt hier irgendwo. Da. Das brauchen wir ja für unsere... Für unsere Heilspritzen. Okay. Ach, das ist hier der Kerl, ne? Ne, das will ich jetzt aber nicht machen. Kann ich auch das Auto nehmen? Ja. Okay, jetzt gucke ich mir im Vorrast die Strecke an, in der Hoffnung, dass ich den Weg dann finde. Nein, 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 nein. Alles klar. Ich fahre am besten hier. Und dann links. Und dann folge ich dem Straßenverlauf. Okay. Dem Straßenverlauf folgen. Ich versuche das jetzt zumindest mal. Bis dahin ist es hoffentlich auch Nacht. Und dann können wir... Können wir uns besser tarnen. Moment. Links. Los geht's mit unserer Karre. So, wir bewegen uns Richtung Norden. Jetzt muss ich hier schon lang. Links. Ja, exakt. Geht's da überhaupt lang? Sieht irgendwie nicht so aus wie eine Straße. Oha. Ja, Stufen mit dem Autofahren ist immer gut. Ich hoffe, die Person braucht das Auto nicht mehr. Ach nee, sagt nicht, hier ist jetzt schon wieder ein Abhang. Nee, diesmal fahre ich da aber nicht runter. Scheiße. Was ist das hier eigentlich für ein Turm? Ein zugemauerter Eingang? Uh. Ein Flieger. Ja, das könnte doch auch interessant sein für uns. Vielleicht können wir dann ja so Richtung unseres Ziels hinfliegen. Hinschweben quasi. Grünes Blatt, grünes Blatt, grünes Blatt. Komm her. Du bist meins. Danke. Das hampelt hier rum. Ah, ich muss ja sagen, die Soundglisse ist ja schon sehr, sehr gut. Uh. Habe ich gerade eine Weste gefunden? Benutzte Nadeln. Ähm. Nein. Wo sehe ich denn das? Hä? Hä? Naja, egal. Irgendwas, eine Weste oder sowas habe ich gerade aufgenommen. Bronzeschmuck. Alles klar. Schaue ich nochmal eben? Ich bin jetzt hier. Ich muss mich Richtung Nordosten bewegen. Ach, links ist wahrscheinlich, das ist jetzt neu an der Anzeige. Das ist vermutlich meine Rüstung, nehme ich mal an, ne? Mein Leben und meine Rüstung. Ach komm, das probieren wir jetzt mal. Oh Gott, ich habe Angst. Bitte steh mir hier nicht weg. Kann ich hier vorher noch so quick speichern quasi? Ah, ne, das war falsch. Das habe ich ja schon mal probiert, das Gegenspeichern. Ja, ja. So. Was haben wir da hinten? Ach, Ziegen. Die brauchen wir ja gerade nicht. Okay. Ich bin gespannt. .